Jonas jetzt okay ja also vor einem Jahr kam das Spiel auf den Handel und ein Jahr später treffen sich vier furchtlose Recken um dem abtrünnigen Bösen zu strotzen daher eine neue Folge zocken eine neue Folge zocken die Leute wissen nicht wer spielt wir zocken ist ja mit Info so mit Story Hintergrund es nennt sich Betafield 4 Betafield 4 genau ein bisschen mehr weniger Betafield es ist inzwischen ist es schon field 4 Gamma field 4 ja Alpha war es mal am Anfang als du hieß wohl der rührt mich grad so ein bisschen boah hier sind so viele Jo ich freut aber schnell Seid ihr bei mir oder wo bist du das ist kein Arsch bei dir wir sind alle woanders ach ich bin bei Marc seh ich grad Sprecher die sind alle bei mir und irgendwo wird geschossen ich hab Angst Marc ich bin unter dir ihr kriegt das Medikett über mir ist leider ähm das war jetzt nicht so intelligent auf der Brücke auf der Brücke ist mir egal alles wieder runter gegangen und wir sind rum doch sind wieder welche auf der Brücke bin tot auf dem Dach äh ja ja du lebst ja noch hier war geil ich hab hier mal eingetroffen doch C wäre fast besser ja kann man ich greife von unten zu ziehen da sind auch einige schon von uns aber wir haben gut gemacht Jungs wir haben es eingehen soll man D einnehmen vielleicht auch äh die Einnehmen-Ideen werden ja mit jedem Mal verwegen ich bin ja selbst schmiedig wieder ganz vergessen ich renne hier wieder alleine rum wo seid ihr also wenn wir D einnehmen müssen wir aber mit Angie D einnehmen Nein ah fuck ich bin zu aggressiv hier gerade bisschen ich bin tot wieder dammit also wenn ihr auf mir spawnen könntet wir spawnen mal auf Jonas also wir können versuchen obwohl D haben wir jetzt schon ich bin mal kurz kurz Angie und guck dass ich das Boot hier wegkrieg da oben liegt ein da ist ein ein Schnaiper oh geilt das Boot geilt das Boot ich hab wahrscheinlich nichts zum Boot kill ne oh das Boot ist tot das Boot ist tot das Boot ist tot ich kann es mit Medipacks kaputt schmeißen aber sonst ja ja geh mal das geh mal den Tank ja dabei warte an der einen sauber ich glaub da ist kein anderer drin oh der hat ich bin daneben gesprungen jetzt bin ich runter gefahren tot hat zwei ich schmeiß dich mit dem Paketen tot dankeschön wieso ist denn der nicht tot wieso ist denn der nicht tot ok ok ach dumm wo sind denn die ganzen wo seid ihr da hoch ey ich werfe durch C4 diese Pfeifen das ist dieses DSA wir werfen nämlich die ganze Zeit durch C4 rum ey die stehen da unten die ganze Zeit in dem Gebäude hinter uns vor euch direkt auf sind sie da unten in dem Gebäude drin kommen wir wieder hoch ach hinter uns pack tot hm na Jungs ihr könnt da nicht auf B stehen wenn wir das haben also wenn wir das haben dann ist das total bescheuert da auf der Flane zu stehen ne ich bin da nur rumgelaufen ich bin unschuldig na ich bin da ich bin da ich bin da Alter boah bevor du da irgendwie runterspringen kannst bist du tot es geht grad ab wieder nur Ego ist total am Fassaden hä ich geht näher jetzt hier das Boot ist kaputt ernsthaft ich schieße die ganze Zeit auf die ich kriege keine Hitmarker ich darfst hier kein Boot benutzen wo sind die denn eh wieso habe ich denn die scheiß Kanone bekommen ein Farmer Farmer ah wo geht zu B ah was 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 ich werde beschossen von irgendwas ach Heli ach das war ein Heli von was werde ich denn beschossen Heli immer noch eine Heli dann schießt meine Heli ab ja ich bin tot der hat mich gekillt die Sau ach so so ja irgendwie ohne Scheiß mein Ding ist kaputt ich kriege keine Hitmarker mit dem Boot da sind direkte Treffer drauf und ich kriege keine Hitmarker das ist der Heli von hinten kommt ins Jetski wow ich habe einen Hitmarker bekommen das war der Jetski über uns ach so schnell kann ich mich gar nicht drehen wo denn ey der Heli hat dann schon gekillt achso ist wer äh ne es ist niemand Heli 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 na zu dem Typen der im Wasser ist hab ich hab ich ich warte auf den Heli wo war denn der Heli auf der auf der auf der auf der auf der auf der da oben hinter uns ist glaube ich hier ein Heli ne der ist weg komm nicht hinten an dieses Scheiß MG ich habe es gegen ein paar mal getroffen oooa achte nach das müssen wir fehlen Typen hä achte von der Heli vor uns ja und über uns nur einer ja das war eine Oberposition war mein Fehler ja Mann schien dich durch ähm jetzt reißt euch mal zusammen ich bin bei Jonas cool ja wir auch jetzt müssen wir jetzt versuch so ein bisschen diese beiden Achtung über uns hier wo ist sie über uns die beschießen uns aber auch von der Seite von welcher Seite? von wo war das? von der Seite von A von diesem Stationary Ah ok ja Gegenüber gegenüber Jonas Vergesst du noch? und wir fangen in B wow wow User left your channel oh ich habe mich gerade geracht ich bin vor uns ich bin vor uns B ich bin hier in B ja ey C meine ich ich will den C B ne C auch B geht runter ach doch krass ah die sind direkt dahinter fuck was wo? ah ich lieg dann in der blauen Hütte wo ich gestorben bin da ist und liegt einer auf dem Boden ja ja ich hab ihn hehehehe durch die Wand durch die Wand und dann hab ich ihn gehabt aber wieder auf dem Seespawn ne? kannst du verteidigen ja ja aber in dem Stein häuschen ist auch einer drin jeder von oben aus kann frag ich bin bei dir wir sind zusammen ich hab keine Ahnung mag da wo wir hergekommen sind sind welche ja ja bei der Tür oben einer auf jeden Fall ne zwei drei wieder nein wow wie zu viele ich schaffe ja nicht mal einen wieso ziehe ich eigentlich immer auf den Körper super super mit der M boah geiler ne 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 doch da nehmt einer wo krass wie hat Halle aber so geil ah von woanders schießen sie von der anderen Seite die Serie was mit der Pistole von da hinten ne das ist verbuggt ich wurde grad von einem mit null HP erschossen ja ich auch aber doch nicht mit der Pistole von da hinten ich will jetzt auf D spawnen gehen wir D D verlieren wir gerade ja ja oh einer muss Engie sein wenn wir auf D spawnen und denk dran auf der Straße da sind wir auf D spawnen ja ich äh es war mit der S schon ok boah ich bin tot da ist Love ah shit ey don't hurt me don't hurt me no more what is love everybody didn't ja komm rüber wir müssen D verteidigen wir haben gerade ein das Ziel Eko von ich bin in Ruhe gestrungen na komm anscheinend in nördlicher Position feindlicher Helikopter ich wieso drin 3 oder so ich glaube es ist ein ganzes Squad ganz langsam ganz langsam wieso werd ich eigentlich gekillt ich beschieß das LV da ganz hinten wir haben's ok Silvio kannst du auf Jonas spawnen dann kannst du dem Dings geben ähm Munition dann kann er da weiter strammen mit seinem Rückblick ich glaube D haben wir gerade sicher ja hier ist nichts mehr boah wir haben C verloren da ist ein Boot da ist ein Boot da ist ein Boot unten ja ich schieß drauf gleich das war irgendwie nur ich bin direkt von ihm gespawnt das heißt es hat einen gefressen hat noch einen gefressen hat noch einen gefressen ich habe keine Munition mehr ah geil bei mir ist gut naja ich habe Munition wieder ich lade auf ich habe gerade einen drin gesehen ja da ist einer im Haus du stirbst ich nein das Boot kaputt hin ist down aber da ist einer ja da ist einer drin Klapper kommt auch und Sniper Lavi hat mich getötet Alter was Commander ach du Sau Cruise Missile dieses Drecksack kann ich nichts warten Cutten wir nicht her das Boot ist äh der Ding ist fast kaputt der Lavi ach scheiße er hat noch einen bei mir spawnen ich bin in der Nähe des Love's müssen wir aufpassen die Pucken von äh von A aus auch so das Deil ist down der ist kaputt ja D D D D bei D D D ich spawn auf D ja ein Typ ist noch da der ist da immer noch ne ja liegt noch ich habe ihn markiert ich soll ihn angeblich nicht treffen aber er trifft mich ich hab ihn kommen wir nach D ich brauche Medic könnte nach D kommen Medic ist alles tot nach D nach D ja ja irgendwo wird auf uns geschossen oh scheiße ja von Daumen zum Dachsniper alles klar uberster Stock wow kann ich mal eine heilen ne ich hab ich hab mich zum heilen hätt wie hä Achtung Heli wenn das nicht unsere ist wenn das nicht unsere ist Sevo Lehm was machst du da Sevo eine magische ich bin ich war ja ich hab getraded mit dem Typen vor mir ja ich hab getraded mit dem Typen vor mir das ist so schwer die Siegel die Nation zu holen ja gepistelt ja Jonas nimmt es gerade Reißer aus ne pull ja wow 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 alle tot alle tot ach fuck LAW im Wasser direkt neben uns ich tauch ein bisschen oh ja hat eingefressen LAW ich bin aber leider tot LAW ist auch noch unter der Brücke ne das ist noch ein zweites LAW ich lebe noch ich bin jetzt oh ich bin gut in dem in dem Ding drin steht einer mit C4 wie der den Eingang campt ganz ehrlich gleich spreche ich den Raketenlauncher aus rechts im Ecke das ist so ein Meat Grinder hier das macht keinen Sinn diesen Punkt einzunehmen ja doch wir verlieren wir verlieren eh du musst den halt halten dann äh lass A holen ja ich bin halt irgendwo außen das macht gar nix grad ich hab den Transporthelie wo fährst du hin? ich hol mich mal bei E ab zu A zu A komplett holen ne ich hol jetzt nichts ab ganz vergessen mit abholen ich geh eh gleich drauf flieg mal rüber ich bleib einfach zu mir niedrig ich hab das nicht gesehen ja ich hab das nicht gesehen ja wir übereinander untereinander fliegen wir haben Einsatzziel Charlie neutralisiert wir können ein bisschen probieren die Sniper zu jagen die auf dem Dagger campen na ich hm wieso hab ich den nicht weiter verfolgt? gute Frage weg aus weg aus wo grad so geschafft ich bin auf A drauf da ist einer leider schon tot wo LEW wo ich hab grad voll Angst da ist ein LEW das wollen bei mir das wollen bei mir dann können wir A haben nice äh LEW auf der Brücke der guckt auch zu uns rüber hab ich doch grad gesagt achso sorry dir glaub ich nicht ja ok hat eingefressen LEW und die drei LEWs gerade? ne doch nicht unten ist auch noch eins das hat eingefressen ja wo oben ist Heli oben ist Heli oben ist Heli fuck ich bin durch unten hat zwei nein, ne wie fährt es jetzt hier hoch? äh ich bleib medic ja ja ich sehs kann er nicht gegen machen scheiß Impact-Granaten da hast du keine Zeit weg zu ringen äh ich bin hier da ah fuck ich bin tot aber der ist das LEW hab ich gekillt oh da ist noch ein zweites auf der Brücke ich glaub die hätten uns ein LEW geklaut ja ich glaub auch in uns 10.000 ich hab's der LEW ist direkt an der reine Marke hinter dir und im Wasser ja und auf der Brücke ist auch noch eins warum haben die drei LEWs? was ist das für ein scheiß? ja die hatten eins geklaut auf jeden Fall Problem ist wenn wir nicht das richtige ausschauen wie haben sie es geschafft uns ein LEW zu klauen? das ist schon ganz schön krass ey das ist zu hart gewesen ja wir hatten das kurzer Typ gedreht ok also dann müssen wir in der nächsten Folge jetzt nochmal reinhauen oder? mmhmmm mhmmm das ist C und D.... das hat halt echt viel gekostet da wir hätten vielleicht direkt direk auf A gehen sollen ja wenigstens Schnellboote weitergekommen ok mehr geben denen in der nächsten Folge bis dahin Tausend. Fickeln. Fickeln.